Wir sind als Technologieunternehmen gestartet, aber schon auch mit dem Wissen, jetzt nicht nur Software zu machen, sondern eben auch ganze Gebäude, ganze Produkte zu machen. Also ich war ja überrascht davon, wie technologieaffin Deutschland ist. Also Bauunternehmen oder Softwareunternehmen? Durchintegriert? Und vielleicht noch, warum tun wir das? Das dritte, und das sollte eigentlich eh selbstverständlich sein, qualitativ hochwertiges Produkt. Dennoch ist ein Großteil aus dem Gründerteam mit einem Technologie-Background, was wahnsinnig spannend ist, weil das halt einfach so dieser Zugang ist, der in der Branche einfach fehlt. Jede der Wohnungen hat einen Controller und sehr viel passiert auf diesem Controller. Du kannst dir die Zukunft nicht vorhersagen. Bis bald. Du kannst dir die Zukunft nicht vorhersagen. Du kannst dir die Zukunft nicht vorhersagen. Du kannst dir die Zukunft nicht vorhersagen. Du kannst dir die Zukunft nicht vorhersagen.